meine arbeitsatmosphäre es war sehr schön es hat mir viel spaß gemacht und ich würde da auch gerne weiterhin bleiben also ich würde da auch selber meine ausbildung da bekommen habe ich bei sein aus plus angebucht da bekommen würde ich das auch gerne machen mein berufwunsch ist nach wie vor obwohl es eine sehr körperliche anstrengung ist aber es hat mir spaß gemacht und ja das war mir noch ein ich habe meine freundschaft in der straße frei im bennungshof ich habe die erste woche in der krippe gearbeitet von acht monaten bis drei jahren die zweite und dritte woche habe ich von drei jahren bis sechs jahren so 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 so